Ah... Okay. Soll ich das also kaputt machen, ja? Juno? Nein, nein. Feuer. Nee, das geht nicht. Kann ich das anhalten? Was kann ich damit machen? Ja, das kann ich noch nicht mal so ganz vor der Hand weisen. Ja, das soll ich auch nicht machen. Ich weiß nur nicht so ganz, wie ich die anhalten soll. Hey, aber auch nichts anvisieren. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber das ist dann so schnell wieder durchgehend, damit habe ich noch nicht gerendet. Okay, es leuchtet blau. Wenn ich jetzt in der Zwischensequenz sterbe, ne, dann... Ich wusste es nicht verstanden. Der Leder ist das mächtigste, was das Imperium jemals erbaut hat. Warum ist das eigentlich jetzt eine Brücke? Okay, das soll ich mal... Ich drücke! Ich drücke! Ich drücke! Ich drücke! Stehe ich das richtig? Ich soll die nur ausrichten, damit ich halt durchlaufen kann? Mehr nicht! Ich habe gleich einen Bekanne kaputt machen! Freund, ich stelle mir jetzt auch mega, mega mies vor, dass so einen halben Meter hinter dir geht so eine... Ach du Scheiße, das schaffe ich doch nie zeitlich. Jetzt so eine riesen Laser-Waffe, die die ganze Zeit krach macht und alles one-shotted und pulverisiert und was weiß ich nicht. Und du stehst da einfach nur und sagst, hallo, guten Tag, ich bin dich. Das müsste der Lichtschwertkristall sein, wenn ich gerne hätte. Kann ich sie jetzt nicht festhalten, ne? Kann ich da hingehen oder werde ich sterben? Soll ich jetzt sterben, oder? Wobei laut Animation, das ist über mir. Das ist vor allem voll schwierig zu reagieren. Weil du nicht siehst, welchen du anhältst. Ich glaube, immer den Mittleren. Ich bin doppelt gesprungen! Ich bin doppelt gesprungen! Ich bin doppelt gesprungen! Scheiße! Scheiße! Bin ich Controller und Amazon? Wo kommt ihr her? Die haben immer, ey! Freunde! Wahnsinns falsch! Nicht in die Hust信en nicht wahr? Du musst schicken. Du hast doch mal gefunden. Das ist geil seid billig! Ich muss jetzt gar nicht probieren soll, ich will jetzt erstmal einlesen so spät dran. Ok, ich bin zu spät ran, das war jetzt kein Sinn mehr, gucken uns mal den grünen Lichtschwert Ok, die sind halt immer gleich, die erinnern sich nur mit Farben Haben nicht verschiedene Animationen, die sind tatsächlich nur am besten, aber gut, ich habe das nie so ein Liederspiel Ich habe gedacht, ich teste es mal, ehrlich gesagt habe ich es mir fast gedacht Aber von der Animation her sieht es aus, als ob ich da runter stehen könnte Warum kann ich sie jetzt eigentlich nicht festhalten? Warum weiß Juno eigentlich, dass das die mächtigste Wappels jetzt im Pyramid gebaut hat? Aber ist Juno nicht der Hater, der überall das grün Lichtschwert hat? Das ist auch nicht das Ding, was ich haben wollte Wo ist der, ist der, ist ja quasi die schwerste Shirt Ja, aber einfach Gut, jetzt sind natürlich die Glaubensfrage, was bin ich hier? Also je bin ich hier nicht wirklich Ich fühle das aber zu hell Ich fühle das aber zu hell Ich fühle das aber zu hell Das ist ein bisschen zu, zu grell Zu 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 alles Und das ist das Zu Tu Du Du ... 64! Die Turnstrahlen in dieser Kammer an. Könnt ihr sie aktivieren? Ja, ne, die Chance ist hoch. Du kannst ja schon mal, wen soll ich denn wählen? Imperator oder Palpatine? Ich glaube, du weißt, worüber ich rede. Ich habe Angst, wo ich sie stehen habe. Darf ich hier stehen? So freuen wir aus, als wäre ich auch mal im Stream. Weil ich das Gefühl habe, das wird hier sonst noch Jahre dauern, wenn ich jetzt noch eine Pause mache, um einen zu rauchen. Nein, das ist auch nicht der schwarze Licht-Tradlister. Komm schon, das ist schon wieder zum Kotzen. Steh doch jetzt auf! Wo will er hinrutschen, bitte? Ach, scheiße. Ach, wo kommt denn die ganzen Läufer her? Steh doch! Nein! Oh, gleich verkackt! Nein! Oh, gleich verkackt! Blasern! Mein Gott! Blasern! Bla, blu, bla! Nein, das ist klar. Wie wer auf Erde denn noch? Ach, jetzt geht's auch rein! Jetzt geht's auch rein! Jetzt geht's ja nicht mehr! Oh Gott! Okay, 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 okay. Ich bin mir ganz sicher. Da bin ich hochgetragen, ne? Ich hab immer noch das schwarze Lichtschwert. Den schwarzen Lichtschwertkristall. Hier ist gar nichts! 3, 2, 1, 1, Feuer! Ich weiß aber nicht so ganz wo es gibt. Es gibt es auf jeden Fall im Endkampf. Es hat gereicht. Aber ein bisschen fliegen! Ich will, geh doch bitte weg da, danke! Ich will, geh doch bitte weg da, danke! Ich will, geh doch bitte weg da, danke! Wenn ein Huddle kommt. Da ist eins! Respektschede für mich? Den hab ich jetzt, warum, wo, worauf gezogen. Warte, wer schießt denn da von wo auf mich? Wie könnte ich den Laserstrahl schießen? Nein, nein, oh! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Oh, fast gut! Fast gut! Oh! Gerettet! Wie komm ich da hin? Das ist ja schlimmer als das DataCon auf Tatooine! Ach so, ja! Ist ja wirklich! Wie komm ich da hoch? 4, 3, 2, 1, Feuer! Ja, 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 ja! Da komm ich doch bestimmt nicht drauf! Ich muss einfach da drauf, oder? Oder ich mein Toppelsprung nicht! Kann ich auch so ein Ring holen? Jo, guten Hunger, ja! Scheiße! Scheiße, Mann! Wie komm ich auf diese Plattformen? Woher? Ich hasse Jump Runs! Ich muss das von hier aus machen, oder? Aber ich kann hier... Naja, doch! Ich kann... Na! Ich kann mich in der Luft tragen! Ich will doch... Wie komm ich da hoch? Mann! Die aus der Angeln nehmen! Hilft mir das! Was? Naja, aber das reicht doch nicht von der Höhe her! Es reicht doch niemals! Es reicht doch niemals! Ich würde es ungern aufgeben! Habe das Gefühl, sonst sitze ich hier wirklich nur drei Jahre! Hörst du jetzt auf, so geblitzt zu sein, Mann! Ich spiele mal nicht fertig und aggressiv! Ich weiß nicht, ob das Sada-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon! Das ist kacke! Ich kann ja nur einmal nicht... Bläh, 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 bläh! Ich kann mich ja nur einmal nach vorne boosten! Ja, jetzt falle ich den Po rein! Ich kann mich hier noch irgendwas machen! Was ist denn du denn? Was willst du denn? Was willst du von mir? Ach, Mann! Geh doch da raus, wenn ich dir das sage! Nein! 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 Feuer! Ich bin tot! Nein! Ich kann ja nichts mehr! Wie komme ich auf das Sada-Kon? Polo-Kon, mein Gott! Ja, hier ist nichts mehr, was ich aktivieren kann! Aber das heißt nicht, dass das alles ist! Was ist da passiert? Was ist da passiert? Das ist so ziemlich das, was ich mit ihm machen wollte! Wow! Oh! Ich weiß, man muss einen Laser aktivieren oder sowas! Ach komm, jetzt zwei von denen! Hatte ich hier noch einen Laser? Hatte ich hier noch so einen, so einen... Heloporter auf so whatever aktivieren? Warum will ich das denn nicht für den vor dir an? Never gonna understand! Ja, hier kann ich auch nichts machen! Was soll das ein Aufzug? Wahrscheinlich! Hier komm ich hier, oder? Ja, ja, ok, hier komm ich hier! Ah, ohne, oh, mal Platz! Ah, oh, mal Platz! Ah... Ich muss da ganz oben drauf. Ich habe das Gefühl, da fehlt mir irgendwas. Ich komme mit dem Doppelsprung nicht über diese Reifenhöhe. Mal gucken, ob ich noch irgendwas aktivieren kann. Irgendwo. Jedoch bitte jetzt, mehr als Sprinten kann ich nicht. Okay, hier ist noch ein Holocon, aber das würde nicht das sein, was ich hier nähte. Es wird das da oben sein. Weil es ist hier auch alles aktiviert. Also ich habe anscheinend alles richtig gemacht. Ich bin so hoch, wenn ich springe. Aber ich springe schön und gut, aber es funktioniert nicht. Aber es muss eine Möglichkeit geben, aus den Dingern hier rauszukommen. Da ist die Frage, welche. Hier ist auch noch eine Plattform. Da sind doch noch Gegner. Ach komm schon, fein doch jetzt, die wir hier da ganz unten. Ich kann es da nichts mehr machen. Ich kann mich nicht bewegen, also minimal bewegen. Ist das jetzt hier? Ne, ne? Das ist noch eine Höhe. Wie komme ich da oben drauf? Das leuchtet mir noch nicht ein. Kann mir ja irgendjemand helfen. Weißt du, irgendjemand den Weg? Ach, scheiße. Aber der ist gar nicht. Ich kann mich nicht mehr werfen, aber ich kann mich nicht mehr werfen. Und weg mit dir. Muss ich das wirklich einfach nur mit dem Aufzug schaffen? Weil dann, weil sie jetzt und das werde ich nicht schaffen. Dafür verstehe ich die Steuerung anscheinend nicht gut genug, wenn ich das schwebe. Wie mache ich das? Was soll ich hier was machen? Ja, da ist die Plattform, wo ich hin soll. Das ist alles schön und gut. Sicher jetzt erst. Scheiße. Das ist die Plattform. Das zählt dazu. Über die alle Wachen. Na, let's go, ey. Ich kann nicht so schön drücken. Ich kann nicht so schön drücken. Okay, aber jetzt werde ich nicht mehr in das Hohengrund kommen, oder? Okay, aber jetzt werde ich nicht mehr in das Hohengrund kommen, oder? Ich habe nicht mehr in das Hohengrund kommen. ein schatten war es ist ja nur ein schatten deiner selbe okay das war ein nice of height und ich hab ein firstcher so wie komme ich jetzt so obendrauf ok ich das an die sie Ich möchte gerne dieses Holoconda rumkriegen. Ich weiß nur nicht, wie. Der krieg aber auch nicht raus. Ich dich nicht rausreißen. Da krieg ich gar nichts mehr. Wie komme ich an dieses Vermaldeite-Holochrom? Okay, wir sind vorhin des Spiels. Warte, ich will das jetzt hier nicht weiter... Äh, wunden... Nein, da hole ich nicht. Star Wars... Ich will die in einer Stunde mal schaffen. Aber... Ja, sonst umläufig lange dauert. Willkommen neuer Cooling. Luna-Sack-DNB, kleiner als 3. Danke, Luna, für den Follow. Coolonguide... Ne, ne, ne. Ich möchte auch nur mit dem schwarzen Lichtschwertkristall... Jetzt will ich alles nicht. Speeder... Ne, schade ich auch nicht. Ich... Ich könnte irgendwie... Skywalker spielen. Äh... Ach, wie hieß denn der Mann? Mannfrau... Ivers... Ja... Hurrikane! Hurrikane! Äh, das ist Falsches, ne? Dann nochmal... Mal speichern. Ich bin Luna und herzlich willkommen bei uns im Garten. Wir hoffen... Äh, ich hoffe natürlich... zu öfters Zuschaus und mit uns wächst. Hurrikane! Heute? Einstirtschaft oder was? Oh, klar, warum nicht? Hey, ich... Aber ich habe noch kein Battle forn, ne? Dann gibt es, äh... Sind dort. 8. 15. 17. 21. 21. 22.